So, schön euch zu sehen, Landratten. Leinen los. Einige Goblins haben in letzter Zeit Interesse an eurem neuen Besitz gezeigt. Ich bin mir sicher, dass sie für euch mutige Abenteurer kein Problem nachstellen werden. Also, ich wünsche euch viel Freude an eurem neuen Heim. Möget ihr weise herrschen. Das war dann wohl gerade Lord Markham, der uns das erzählt hat. Und da ist unser neues Zuhause. So wirklich groß sieht es ja nicht aus. Aber wir haben Wachen. Die hoffentlich freundlicher sind, als die anderen Abenteuer, die wir so getroffen haben. Und hier unsere restlichen Ländereien. Also ganz viele Privathäuser, aber auch Gilden, Shops und was weiß ich. Nur bringt es uns nicht wirklich viel, dass sie uns gehören. Also sie sind jetzt nicht viel billiger oder sie geben uns irgendwie Gold oder Steuern oder sonst was. Es ist einfach nur unseres auf dem Papier. Und das war's. Aber gut, was blinkt da unten Schönes? Lord Markham hat mir aufgetragen, diese Chronik von Schloss Harmony und seinen Bewohnern zu erstellen, um bei kommenden Generationen die großen Ereignisse nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ich hoffe, ich werde mich dieser Aufgabe als würdig erweisen. Die Schlüsselereignisse werde ich so umfassend und richtig wie möglich verzeichnen versuchen. Mögen sie gut oder schlecht sein. Es liegt nicht in meiner Verantwortung zu beurteilen, was geschieht, nur zu verzeichnen. Möge uns das Schicksal Holz sein. Wendel Tweet, Hofkronist. Unser Hofkronist. Und Tweet ist ein sehr interessanter Nachname. Äh, so. Aber gucken wir doch gleich mal rein. Ah, die neuen Herren. Bitte verzeiht den Zustand des Schlosses. Es ist schon eine Weile her, dass sich jemand darum gekümmert hat. Ich hätte euch ja innerhalb der Maul begrüßt, aber dort sind Koblins. Sehr schön. Eine kleine Gruppe von ihnen hat sich hier eingenistet. Ich forderte sie auf, sie zu erschwinden, aber sie wollten nicht hören. Hm. Ja. Du hast hier zwei Wachen, das weißt du schon, ne? Man könnte gar sagen, dass sie eher rüde waren. Vielleicht könntet ihr mit ihnen reden? Ich werde in Tavernich in Harmondale warten, bis ihr sie überzeugt habt zu geben. Ja, unsere erste Aufgabe. Aber bevor wir das machen, sollten wir erstmal gucken, dass wir ein paar Sachen identifizieren. Wenn sie das jetzt schon kann. Und dann vielleicht ein, zwei Zauber kaufen. Das sollte auch noch hier rein. Das dahin, die Schuhe auch noch nicht. Auch wenn das ganz normale... Hallo? Schuhe, dahin. Schuh, dahin. Du, dahin. So. Sie kann wenigstens die Schuhe identifizieren lassen, anfangen. Das war auch das Einzige. Komm schon, Talana. Ah, sie braucht definitiv noch ein paar Punkte da. Mhm. Also wieder verteilen. Du. 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 So war das, glaube ich. Genau, du bist ganz schön grün. So. 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 Ach, du hast schon eins. Schild kannst du noch nicht. Schild sollte sie aber auch bald bekommen. So, jetzt hat jeder Waffe... Du hast keinen Hut. Du hast auch keinen Hut. Den Hut kann man nicht aufsetzen. Ähm, ja. Wir haben 558 Gold. Das ist nicht allzu viel. Ich denke mal, selbst wenn wir jetzt einen Zauber finden würden... Für unsere Erdmagierin zum Beispiel. Was hier wäre... Genau. Nur für Mitglieder. Müssten wir als ein Mitglied sein. Was kostet. Und der Zaubersetz wird auch zu teuer sein. Oh ja, Mitgliedschaften. Die hätten wir uns auf der Anfängerinsel auch kaufen können. Da wären sie sogar günstiger gewesen. Aber, na gut. Hier sind überall die Dinger selber. Wir brauchen Privathäuser. Denn nur Privatpersonen können es eine Mitgliedschaft geben. Also gucken wir doch morgen. Mitglied in der Luftgilde. Mitglied in der Feuergilde. 50. Ja komm, dann kaufen wir gleich alle. So. Und dann ist es wahrscheinlich, dass hier in der Nähe noch ein Privathaus ist. Mit ähnlichen Einwohnern. Aber dann halt für Wasser und... Was war noch? Erde und Luft haben wir jetzt. Wasser und Feuer. Du bist kein Privathaus. Du bist eine Bauernschmiede. Eine Taverne wie hier. Da können wir ein paar mehr Rationen kaufen. Als auf der Anfängerinsel. Was schon mal ganz praktisch ist. Hier sind Privathäuser. Leder-Experte. Das merken wir uns mal. Obwohl ich glaube, keiner von denen kann Experte werden. Und Experte starb. Doch, du kannst Experte werden. Und starb theoretisch auch. Aber wohl. Der Fertigkeitswert wird zur Rüstungsklasse addiert. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Leder-Experte. Hm. Mal gucken später. Experte reparieren ist für ihn später wichtig. Thomas Moor. Thomas Moor. Meist im reparieren. Lebt im sumpfigen Tal des Südens. Talanias. Tathalias. Und dieses Plibling, das jedes Mal aufgetaucht ist, ist unser Notizbuch. Da schreibt sich auf, wo denn die besseren Leute sind. Was haben wir jetzt hier? Samuel Benson. Der lebt in den Bracada. Ist jetzt auch bei uns aufgeschrieben. Und er ist der Kennen-Experte. Wir sollten mal ganz kurz die Namen hier anklicken. Auch wenn sie recht unwahrscheinlich sind, dass wir brauchen. Allein da vollständigkeitshalber. Das heißt, Notizen. Genau. Meister am Stab, da und da. Meister Lederrüstung, da und da. Das fühlt sich so nach und nach auf. Was sehr, sehr praktisch ist. Sonst müsste man doch recht aufwendige Notizen anfertigen. Seid gegrüßt, werte Herren. Kann ich einen Moment eurer Zeit beanspruchen? Ja. Mein Bruder Elron war aktiver Akkommarge-Spieler. Akkommarge ist sehr schön. Habt ihr auch schon Akkommarge gespielt? Macht schrecklich süchtig, das kann ich euch sagen. Auf jeden Fall könnt ihr nur dann spielen, wenn ihr euren eigenen Satz Karten habt. Und die sind schwierig zu bekommen. Also habt ihr wahrscheinlich noch nicht gespielt. Wie auch immer. Elron wollte sich ein paar Taktiken überlegen, die ihm helfen sollten, mehr Spiele zu gewinnen. Unglücklicherweise wollte er dies nicht in der Stadt machen, weil er nicht wollte, dass ihn dabei jemand beobachtet. Und ihm so seine Tricks abschaut. Also ist er in die Schneegipfelhöhlen, die südöstlich des Orphids gegangen. Seit einer Woche hat niemand Elron mehr gesehen. Ich bin mir sicher, dass ihm etwas Schreckliches zugestoßen ist. Dennoch würde ich gerne wissen, ob er noch lebt. Könnt ihr mir einen Gefallen tun und ihn aufstöbern? Ich habe nicht viel Geld, das ich euch zahlen könnte. Aber ich stünde wirklich tief in eurer Schuld. Südöstlich des Dorfes. Ja, okay, das merken wir uns immer. Feuermagiemeister. Großmeister. Ja, alles später. Was bist du? Ausweichen. Kampfkunst. Und die Stelle. Durch die Stelle können wir schneller in andere Regionen reisen. Und hier ist etwas sehr, sehr wichtiges. Hufeisen. Weil jedes Mal, wenn man ein Hufeisen benutzt, auch wenn ich hätte schwören können, es ist immer nur zwei Waren pro Dingens. Obwohl, in die drei stimmt schon. Genau, jedes Mal, wenn wir die benutzen, kriegen wir zwei Fähigkeitspunkte, die wir frei verteilen können, wie wir wollen. Also sind die sehr, sehr praktisch und mächtig. Wenn wir denken, dass wir bei einem Level Up jetzt fünf Stück nur bekommen haben. Das heißt, das hier ist schon ein Level Up. Sozusagen. Die Frage ist nur, wer soll das bekommen? Wer braucht denn sehr viele Skillpunkte? Sie braucht viele Skillpunkte, weil sie sowohl Feilschen braucht, als auch Meditieren und alle drei klerikalen Schulen. Das ist heftig. Die Druiden zum Beispiel wird nur zwei Magie-Schulen lernen. Und die Zauberen auch. Also brauchen die nicht so viele wie sie zum Beispiel. Und der Paladin, ja, der braucht Reparieren. Achso, die Druiden braucht auch noch für Alchemie-Extra-Punkte. Aber ja, ich denke mal, sie wird sie zuerst bekommen. Schwing, schwing, schwing. So, sieben Punkte. Das heißt, du wirst jetzt Körpermagie auf vier, dass du Experte werden kannst und jetzt Seelenmagie. Geistesmagie muss überhaupt erst noch lernen. Was haben wir hier noch Schönes? Gehört hier alles uns? Pilze. Stufe 1 Reagenzien. Komm mal da rauf. Alle hopp. Oh, nicht der Tasse drücken. Alle hopp. Will nicht. Da brauchen wir später den Sprung Zauberen, um da wahrscheinlich rauf zu kommen. Äh, sonst ist hier nichts. Das war die Taverne. NPCs sollten wir uns zwischendurch auch mal angucken. Rüstschmied? Gar nichts. Hallo? Ihr habt Lord Markins Wettbewerb gewonnen. Viel Glück. Die letzten, die versucht haben, das Schloss auf Vordermann zu bringen, kamen nie wieder raus. Sehr schön. Gut, wieder jemanden in Harmendale zu sehen, meine Herren. Das Schloss steht seit dem Krieg leer, bis auf die Goblins, die drin hausen. Aber die zählen wohl nicht, nehme ich an. Schrein? Ich habe Gerüchte gehört, dass der Schrein südöstlich von hier in das Land der Riesen bringen kann. Bööö. Ich habe den Schrein schon oft besucht, aber mir ist nie etwas Besonderes passiert. Vielleicht bringt der einen aber auch hierher, aus dem Land der Riesen. Ich weiß nicht. Gut. Eigentlich suchen wir Koch. Koch ist ganz praktisch, dafür braucht man weniger Rationen. Feinschmied? Rüstschmied. Was macht ein Feinschmied? Seid gegrüßt. Erhöht die Fähigkeit Entschärfen aller Charaktere um 6. 3% allen Goldes. Rüstschmied? Seid gegrüßt. Ich kann Rüstung reparieren. Ich verlange 200 Goldstücke und 2%. Auch noch nicht so interessant. Was machst du? Brunnen? Erfrischend. Du machst nichts Besonderes für uns jedenfalls. Koch. Stell pro Tag eine Tagesration her, bis maximal 14 Tagesrationen. Oh. Dann müssen wir nicht immer zum Dingens zurücklaufen. Ja doch, das nehme ich mal. Anheuern. Und jetzt sollten wir echt den Schloss langsam rein, weil wir haben kein Gold mehr. Das ist nicht so schön. Dann hoffen wir da mal ein, zwei Gegner umbringen zu können, ein bisschen Gold rauszutragen und dann nach und nach an die Zauberer zu kommen, die wir gerne hätten und den Rest des Dorfes erkunden, um halt die Mitgliedschaften zu bekommen. Der Eingang eures neuen Heims liegt vor euch. Kann schön runterkommen. Aber von drinnen wesentlich größer. Facklicht. So. Da kommen jetzt Ratten. Rundenbasierender Moos um das zu treffen. Und erst mit den ganzen Ratten weg. Da kann. Zing, 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 zing. Denk dran, nicht Spam, Girogon. Sonst triffst du immer nur eine und die ist vielleicht am ersten Schluss schon tot. Ich mag den Zauber nicht. Der schießt irgendwie zu sehr auf den Boden und trifft dann nicht. Was ist das? Ja, wird nichts mehr anvisiert. Okay. Irgendwo da. Piu, 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 piu. Oh, erwischt. Und wenn sie nah genug rangehen laufen sie eh genau auf einen Oh. Zu. Und da sind auch ein paar mehr. Äh, du. Du. Wir machen ja nicht so viel Schaden. Tod, sehr gut. Tod, Blitzratte. Also ja, es gibt hier sehr interessante Ratten. Zing, zing, zing. Wenn sie jetzt Schaden nehmen würden und K.O. geht, ist kein Problem. Was nerviger wäre, wäre eine Krankheit. Weil dann müssen wir wieder Gold ausgeben, um sie zu heilen. So, jetzt bist du eigentlich schon schlafen. Ich sag nur mal ganz kurz die ganzen Na komm. Ich sag nur die ganzen Leichen ein, falls da irgendwo ein Ring drin steckt. Aber schaut nicht so aus. Okay, mit dem Rücken zum Ausgang. Damit wir schnell raus können, wenn wir wollen. So, und schlafen. Ja. Ja. Keiner ist krank. Sehr schön. Fackellicht. Oh ja, von drinnen sieht das relativ gut aus. Schön geräumig. Mit recht vielen Kammerchen hier. Die allerdings alle leer stehen. Noch. Ja. Können getrost ignoriert werden. Das Ding hier ist ganz verschlossen. Die Dinger hier sind Müllhaufen. Wenn man Glück hat, findet man was drin. Äh. Aber wenn nicht, wird man halt krank, was nicht so schön ist. Das tut irgendwie weg. Oh, sehr schön. Was haben wir hier? Brief an Herborg. Wer ist Herborg? Herborg. Entzündet die Signalfeuer, wenn du weißt, dass die Menschen am verwundbarsten sind. Wir werden einige Tage nach deinem Signalfeuer kommen. Enttäusche mich nicht noch einmal. Du musst deine persönlichen Interessen zurückstellen, wenn du in meinem Stamm durchkommen willst. Grock nackt der Große. Ah. Also das ist ein Brief an die hier lebenden Goblins. Ich würde gerne helfen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Kann alles verkauft werden, Talana. Kann alles verkauft werden. Also es ist ein Brief an die momentanen Goblin-Herrscher dieser Burg, dass sie ein Signalfeuer anzünden sollen, sobald die Menschen geplündert werden können. Das heißt, wenn wir irgendwo ein Signalfeuer finden und das anzünden, werden ganz viele Goblins kommen. Das sollten wir uns merken. Aber jetzt erstmal schön nach und nach die Festung hier säubern. Scheint ja einigermaßen machbar, auch wenn wir nicht so viele Zaubers zur Verfügung haben. Das ist ja sinnvoll, das ist ja sinnvoll. Untertitelung des ZDF, 2020